Hallo, Herrinnen und Narren in Stolzenau und Umgebung, es begrüßen euch Karnevalsmajestät Prinzessin Claudia I. und Adjuda Antjörg. Endlich ist es soweit, wir starten in die langersehnte Karnevalssession 2022-23 mit einem fröhlichen Stolzenau. Ich freue mich mit euch in den kommenden Wochen laut singend, fröhlich tanzen und kostümiert friedlich zu feiern. Für die ausgelassene Stimmung sorgt ihr Hello!